recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist asreiter und wir sind in folge nummer 14 von shapes.io wir müssen hier noch ein bisschen weiter bauen hier müssen wir mehr kriegen und hier die zwei reichen natürlich auch nicht da müssen wir das noch ein bisschen ausbauen und wir müssen diese blauen noch kriegen damit wir fürs kopieren was haben die wir hier glaube produzieren ja hier werden sie gemacht das müssen wir dann auch machen ob das diese folge wird weiß ich nicht wir bauen jetzt erstmal hier dieses teil erstmal weiter aus dass das erst mal richtig rennt das alles nach dem intro bis gleich so dann gucken wir mal ja das band wird nicht voll und das hier ist schon voll also wir machen erstmal hier glaube bis da unten voll das sieht ja relativ einfach aus wir haben schon das richtige ausgewählt drehen das umstücken die shift taste und machen da weitere teile hin und so und der nächste würde nicht mehr hin passen also bleibt erst mal so das ziehen wir so durch und das ziehen wir auch so durch dann brauchen wir heute mal förderbänder machen wir mal hier das ist verkehrt gewesen ok wir müssen erst den stapler machen so 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 und so dann brauchen wir tunnel der kommt dahin der kommt dahin dann müssen wir diesen tunnel dort anschließen mit so einem ja passt achso hier unten muss auch noch einer hin oder wo kommen der raus schon hier na dann lass uns da auch noch gerade den tunnel bauen obwohl er vielleicht da gar nicht mehr hin muss und der stapler kommt auch noch da mal hin das passt förderband kommt jetzt so 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 passt läuft aber wir haben keine genügendem weißen mehr kommen wir hier auch raus ja kommen überall welche raus ne sehe ich überall welche hier 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 hapert aber da kommt keiner rein deswegen geht's ne jetzt muss einer kommen da oben habe ich gerade eingesehen und der da läuft erstmal das bedeutet wir brauchen jetzt die nächsten hier kann man hier was optimieren irgendwie konnte man es bestimmt optimieren aber wie dieses teil ich glaube das ist schon das optimale lassen wir so wir brauchen den jetzt erstmal wieder in groß 1234 sind frei nehmen wir so mal drehen 24 frei 5 5 so läuft nach dem tunnel kommt hatte die sofort da eine naja der muss hierhin oder das sind nähe sind auch vier frei also dahin oder 24 muss da noch einer hin ich glaube so passt erstmal dann muss der dadurch und der dadurch passt dann brauchen wir den maler so rum muss er sein und der muss da hin oder passt dann müssen wir den wieder anschließen so so und so passt dann brauchen wir wieder einen tunnel der kommt da hin und auch dahin obwohl wir da vielleicht keinen mehr gebraucht hätten aber wer weiß was da noch kommt ich glaube der ist der richtige das sieht gut aus passiert da jetzt was also hier fehlt noch was gut das bedeutet so so und so und so jetzt läuft da oben schon was hier fehlt noch so jetzt laufen so oder hier wird produziert hier wird produziert da wird produziert und da auch reicht das jetzt ist die frage nein das band ist immer noch nicht voll das heißt wir bauen noch einen drüber oder wir bauen noch mal drüber ein weiß nicht ob einer reicht aber wir bauen erstmal ein also hier kommt wieder der hin direkt nach dem tunnel kommt der hin hier kommt der hin ja und so und so und so und so so ist richtig tatsächlich glück gehabt und so das läuft erstmal hier gibt es dann noch wieder ein tunnel und da gibt stehen na doch der war doch richtig nur noch gedreht so passt so passt der kommt so der kommt so und einer läuft mehr die frage wie es jetzt hier wird hier kommen auf jeden fall mehr rein aber noch nicht genug der band ist noch nicht voll das heißt hier oben muss noch weiter einer hin warte mal wenn wir hier eins zwei drei vier fünf sechs haben da sind auch sechs aber sechse reichen da dann nicht da ist aber voll und da ist voll naja interessant dass das nicht reicht ja ja und ja und ja 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 der passt ne ja der passt wir bauen hier wieder ein tunnel der passt muss nur gedreht werden und da kommen jetzt weiße raus das sieht gut aus oder ja so und ist aber immer noch nicht voll wir haben hier vier immer noch vielleicht muss ich auch hier mehr aber es sind ja hier noch keine staus hier muss ich erstmal verstaunen und damit das richtig ist jetzt kommen da unten auf fünf raus teilweise auch sechs erstaunt sich aber noch nicht also hier noch ein mehr bauen maler kommt da hin fließband kommt da hin der stecker kommt da hin der stecker kommt da hin gedreht der kommt da hin und der kommt da hin neuer versuch neues glück reicht das scheinbar nicht mal fließt man hier immer noch nicht voll aber wir haben schon 1200 von den dingern das ist ja schon mal was die frage ob sich das hier staut erst mal ne ne ich glaube wir brauchen noch einen mehr es gibt noch keinen stau ok dann halt noch ein hätte ich jetzt nicht mit gerechnet vielleicht auch zwei wir bauen erst einen morag kauft sich schon jahre aber ich glaube er ist ganz zufrieden wie es gerade läuft oder der kommt dahin der kommt dahin der kommt dahin der kommt dahin der kommt gedreht dahin und da kommen noch ein tunnel so jetzt läuft der auch jetzt müssen wir mal gucken das band voll wird also die verarbeiten hier schneller wie die da oben also hier ruckelt es ja das heißt das band ist immer wird immer voll wenn ich hier ruckelt nix sehr krass ist aber schon mal nicht schlecht was da läuft wie viele da reinkommen dann kommen wir schon mit dem jetzt 1,7 haben wir schon haben wir denn hier jetzt eigentlich so die dinger kommen rein aber 15.000 hier noch mal dann mit dem weißen stern drauf 25.000 die müssen wir dann auch noch besser werden hier ist dieses muss noch mit 23.000 überhaupt noch gemacht werden hier laufen welche rein fehlen aber noch welche ja dann müssen wir dann auch noch alles optimieren okay ich würde aber sagen wir machen da oben jetzt erstmal noch einen dran vielleicht klappt es dann mit dem weißen ding dann ja doch nochmal wir haben ja genug platz sagt der mordrack immer ich brauche hier keine angst haben ich muss groß denken da da 5 4 dazwischen ich mache jetzt noch mal so jetzt passt auch jetzt ist gleich genug so der maler kommt da hin und da hin tunnel kommt da hin und da hin der gedreht kommt da hin und da hin dann müssen wir jetzt noch anschließen da 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 und da läuft noch nicht weil hier noch fehlt und da noch fehlt so jetzt kommen wir weiß ja sehr schön so jetzt muss sie sich langsam staunen oder naja sind noch zu große lücken es ging mindestens noch zwei drauf oder ja also noch zwei da oben werden die kriegen wir so schnell hin oder 24 frei so 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 der gedreht hier hin und hier hin dann noch den tunnel dahin und dahin dann fließbänder da nach da und da nach da von da nach da von da nach da von da nach da und von da nach da genauso wie von hier nach da der läuft durch und der läuft auch durch so jetzt muss das band da wunderbar voll laufen jetzt ist schon gestaut es ist die frage ob das gerade einer zu viel war oder reichte keine ahnung auf jeden fall läuft hier gut so band ist hier noch nicht voll ich würde sagen drei gehen da noch rein das heißt diese station müsste noch um drei verlängert werden der platz wäre da müssen wir dann nur machen wenn soweit ist gut aber das würde ich sagen machen wir in einer weiteren folge jetzt erstmal nicht allerdings läuft das ja gleich hier erstmal voll mit 3,8 da müssen wir mal gucken ob er das brauchen ich glaube wir werden uns dann lieber in der nächsten folge um diese blauen dinger hier kümmern dieser hier der hier gerade durchläuft hier diese hier das war da mehr von produzieren ne okay dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn wir das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch gerne überhaupt macht eins wenn ihr euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an dann kriegt ihr mit welches nächste video lade gerne kommentare schreiben und gerne das video auf anderen kanälen teilen sagt bei euren freunden bescheid wie schön dieser kanal ist und gibt dann da auch dieses tolle spiel zu eurer freundlichkeit weiter dass die das vielleicht auch nutzen alles klar bis dann ciao ciao